Hallo, ich bin Daniele Ganser. Ich bin Historiker und Friedensforscher aus der Schweiz. Ich möchte alle Menschen unterstützen, die sich für den Frieden engagieren. Einige tun das mit einer Kerze, die sie vielleicht bei sich zu Hause aufstellen, und mit guten Gedanken. Andere gehen an eine Demonstration und sagen, wir möchten ein Zeichen setzen, wir möchten nicht, dass Waffen in Kriegsgebiete geliefert werden. Und Dritte schreiben einen Leserbrief einer Zeitung oder besprechen sich mit Freunden und sagen, es kann doch nicht sein, dass wir in Kriegsgebiete Waffen liefern. Weil wenn man Waffen in Kriegsgebiete liefert, dann ist das wie wenn man Holz ins Feuer legt. Es brennt dann länger und es gibt letzten Endes mehr Tote im Kriegsgebiet. Ich glaube, wichtig sind Friedensverhandlungen. Wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir alle zur Menschheitsfamilie gehören. Und wichtig ist auch, dass wir lernen, die größten Probleme, die wir im 21. Jahrhundert haben, die können wir gar nicht mit Gewalt lösen, sondern da müssen wir wirklich miteinander sprechen, aufeinander zukommen. Und ja, töten ist eigentlich keine Umgangsform mehr im 21. Jahrhundert. Ich danke allen, die sich für den Frieden engagieren. Ich weiß, manchmal ist es nicht einfach. Man wird vielleicht diffamiert oder nicht verstanden. Ja, dann soll man einfach sich fragen, wie wichtig einem persönlich der Frieden ist. Und wenn man ganz tief im Herzen spürt, dass einem der Frieden ein großes Anliegen ist, dann kann aus dieser inneren Überzeugung sehr, sehr viel Kraft entstehen. Bleibt bei dieser Kraft und vielen Dank, dass ihr euch für den Frieden engagiert, wo immer ihr seid.